Ich brauche ein Baby. Ich weiß einfach nicht, worauf ich noch warten soll. Auf einen Vater vielleicht? Ich hätte bis jetzt noch keine ernsthafte Beziehung, die länger gedauert hat als sechs Monate. Hallo! Ich finde das toll, was Sie da machen. Hat ein Baby bekommen, leicht wird das nämlich nicht. Es wird sogar scheiß schwer. Aber ich bewundere Ihren Mut und ich liebe Babys. Ich überlasse mein Schicksal nur ungern leben. Schicksal? Genau. Alles klar? Ich habe mich hier nicht verliebt und ich will nicht mehr mit Georgette verheiratet sein. Ich wollte dir dein Buch zurückgeben. Runter mit den Knabbern. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Willst du dein Horoskop hören? Nein. Er ist nur mit sich beschäftigt und ich muss alles praktisch erledigen. Blöd, dass du ihn seiner Ex-Frau nicht zurückgeben kannst. Es ist offensichtlich, dass Sie ihn immer noch lieben. Was soll dieses Spiel? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Sie beide wieder zusammenzubringen irgendwie. Gehen Sie. Gehen Sie? Ach, Sie wollen nicht. Verlasse deinen Mann, so wie jeder normale Mensch. So eine Verschwendung. Ich mache mit. Wirklich? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.